Hallo, wir kommen aus München. Wir sind zu Interalpin gefahren, weil es der Hotspot ist für alles, was direkt und indirekt mit Skigebieten zu tun hat. Wir sind der größte Händler für gebrauchte Skigondeln, verkaufen die weltweit und suchen hier Lieferanten und treffen wahnsinnig viele Kontakte. Also hier ist der Hotspot, um Netzwerke zu betreiben. Hier trifft man alle, die in der Branche wichtig sind oder wichtig werden. Ein angenehmer Platz, unkompliziert im Zentrum von Innsbruck, liegt in der Mitte von Europa. Also für alle kommen her. Wir haben italienische Freunde getroffen, sogar Amerikaner haben wir hier getroffen, mit denen wir ein Zukunftsgeschäft machen. Also wir werden auf jeden Fall wiederkommen. Für uns ist es einfach alle zwei Jahre, dass man auf leichten Stand ist, dass man das vor Ort sieht und nicht nur auf Papier oder im Internet. Und vor allen Dingen die Gespräche, die man dann führen kann mit den jeweiligen Hersteller und Lieferanten. Interalpin, Innsbruck, passt eigentlich gut. Ich bin ja von der Gegend. Wenn die ganze Branche in die Weltstadt des Alpinismus kommt, dann muss ich dabei sein. Das ist auch mein Hobby und auch beruflich ist die Messe immer gut und zum Netzwerken sowieso tiptock. Wir kommen jetzt schon das dritte oder vierte Mal auf die Interalpin. Und das ist jedes Mal wieder interessant. Die ganzen Neuheiten. Man sieht Kollegen auch immer mal wieder. Ja, jetzt mal wieder interessant. Also ich bin Georg Mutschlechner aus Südtirol, Thronplatzgebiet. Und Interalpin ist für ihn eigentlich eine sehr wichtige Messe, weil man da die Lieferanten alle trifft. Man kann sehr gute Kontakte knüpfen. Und man sieht auch die Neuigkeiten, die man natürlich auf der Messe am besten vorstellt. Man trifft sich unter Seilbahnbetreiber und das ist eine tolle Gelegenheit, um Informationen und um Neuigkeiten auszutauschen. Mein Name ist Yang Hohue. Ich bin aus China. Ich finde, Interalpin ist ein sehr guter Gelegenheit, was mit dem Gelegenheit. Ich habe viele Sachen gelernt und habe viele Freunde gelernt. Danke. Hallo, ich bin aus Japan. Ich bin aus Japan. Ich bin sehr froh, dass Interalpinistisch gesehen haben. Ich habe viele Interagungen gesehen, und viele Interagungen gesehen. und wir haben eine Passion durch diesen Markt. Also, ich bin froh, dass wir hier sein. Ich bin froh, dass wir auf den Winter Alpen, wenn es ein Zinschbruch ist. Und es ist alles schön und interessant. Wir kommen von den Bergbahnen hinunter. Und es ist alles, wie gesagt, interessant und tipp-topp. Wir sind hier in 2017. Ich bin hier mit meinem Freund und Partnern, Igor. Wir sind hier sehr lieb. Es ist eine große Veranstaltung. Es gibt viele Menschen mit uns zu treffen. Wir können mit den Gernolösen sprechen. Wir können mit den Gernolösen sprechen. Wir können mit den Gernolösen sprechen. Wir können mit den Gernolösen sprechen.